Und? Ich fache ja nicht. Schloss Weissenstein. Das ist vom Graf von Schönborn. Schönborn. Und das ist ein paar Plätze. Wo schaut es hier aus? Und das was hier im Hütte ist das Schlossgespenst. Und da sind illegale Ölansäugung. Und das ist ein schönes Schiengemacht. Ja. Das war vorher ein schönes Metall, jetzt hat man Radernluck. Rost. Ja, Radernluck heisst bei dir alles. Das ist ein Schloss. Ja. Aber verschlossen war das Dorr. Keine Draht davor. Ist verschlossen, aber richtig. Ja. Da kann man das selber schlossen. Ja. Da drübes Hotel. Und das Schloss Weissenstein. Schloss Weissenstein. Ja. Das ist ein bisschen. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.